So, ich sag kurz Hallo. Heute habe ich mir wieder eine neue Kiste ausgesucht, die ich aussortieren werde. Und zwar ist das diese hier. Ja, ihr seht schon, alles mögliche da drin. Alles, was man an Papieren so haben kann und was man eigentlich gar nicht braucht. Also, davon bleibt höchstens die Hälfte. Da werde ich mich jetzt beimachen. So, wir haben schon ordentlich Altpapier nach draußen gebracht, aber jetzt haben wir immer noch hier drei Kisten einmal voll. So, ich bin nun endlich fertig. Hat doch ziemlich lange gedauert, vieles auszusortieren. Ja, einfacher ist es da manchmal einfach, ein Buch oder ein Kleidungsstück wegzugeben. Aber so eine Kiste mit Papieren auszusortieren, Papiere, die wirklich teilweise überflüssig sind, teilweise aber auch nicht. Und ja, da ist der vierte Eimer Altpapier. Den bringe ich jetzt gleich raus. Was jetzt übrig geblieben ist, der Ordner ist noch ganz leer. Ja, der kommt jetzt auf mein Regal. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas unterbringen möchte. Ansonsten, ja, keine Ahnung, schauen wir noch. Dann habe ich da noch ein paar neue Sachen gefunden. Einfach Blöcke zum Schreiben und solche Hefte und noch Briefumschläge, solche großen. Das kommt natürlich nicht weg. Das kommt auch beim Laptop in die Büroecke. Ja, und von der großen Kiste ist letztendlich jetzt das übrig geblieben. Ihr wisst ja, die war hier ganz voll oben mit dem Karton noch oben drauf. Ja, ich bin, ja, zufrieden. Doch, alles was weg ist, ist schon mal super. So, das heißt, wir haben das mehr als, nein, nicht mehr, ungefähr mit den Sachen jetzt, die noch übrig geblieben sind, halbiert. Das ist super. Mein Mann ist gerade dazu gekommen. Oh, gegen Altpapier hat er nichts einzuwenden. Kannst du ihn mitnehmen in der Altpapier? So, gut, die Kiste wäre geschafft. Ich möchte die ganze Kiste als eine Sache sehen. Heute ist der Tag vier, also vier Sachen. Und deswegen habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen gesammelt. Und zwar ein Rock von mir, der hat leider ein Loch. Ja, werde ich nie wieder anziehen. Also weg damit. Oh, mein Mann beobachtet mich. Das ist grauselig. Der guckt schon wieder, ob man das nicht noch gebrauchen kann. So, zweite Sache ist diese Bluse. Ihr seht schon, wie graus die ist, dass ich sie eigentlich nie anziehe. Ja, mir gefällt er schon so taliert. Aber ich trage es nicht, weil ich habe die Talie nicht dazu. Und selbst wenn ich sie hätte, habe ich immer ein Problem, dass meine Brüste da oben immer zu groß waren. Und ja, hat nicht reingepasst. Also, auch weg, die ist noch ganz gut. Die kommt, ja, wahrscheinlich in umsonstlandes anderen Altkleider. So, und als vierte Sache, wie gesagt, Altpapier eine Sache, zwei Kleidungsstücke. Vierte Sache sind hier noch so ähnliche Proben. Sechs damit. Gut. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.